Die neue sechste Modellgeneration des Subaru Outback wird voraussichtlich ab März 2015 in Europa im Handel verfügbar sein. Subaru bleibt dem SUV Crossover Concept treu. Subaru verspricht ein verbessertes Platzangebot im Innenraum, leistungsstärkere und effizientere Motoren sowie einen höheren Fahrkomfort im Modelljahr 2015. Beispielsweise verfügt das Fahrzeug über eine verbesserte Geräuschdämmung, die aus einer neuen vibrationsdämpfenden Motorlagerung einer Windschutzscheibe mit Akustikverglasung und zahlreichen weiteren Details resultiert. Weitere technische Feinheiten werden später veröffentlicht. Die sechste Modellgeneration des Crossover wird auch die erste Modellreihe sein, in der das neue Fahrerassistentsystem i-Sign in Europa verfügbar ist. Zum Funktionsumfang von i-Sign gehört ein vorausschauender Bremsschutzassistent, Notbremsassistent, eine adaptive Geschwindigkeits- und Abstandsregelung, ein Spur-Light- und Halteassistent, ein Anfahr-Kollisionsschutz sowie ein sogenannter Lead Vehicle Start Alert, der den Fahrer an einer Ampel oder im Stau benachrichtigt, wenn das vor ihm haltende Fahrzeug anfährt. Die für dieses System eingesetzten Stereo-Kameras befinden sich im Wageninneren. Sie sind als integrierte Einheiten auf der rechten und linken Seite des Rückspiegels angebracht. Als vollwertiger SUV verfügt der Subaru Outback natürlich auch wieder über Allradantrieb. X-Mode heißt der Allradantrieb, der permanente Allradantrieb des Modelljahres 2015. Und dann merke på, wie gut braucht das. Und dann muss er auf denasten als eine Ho hinterher sind in den Anfang. glückst, der też auf derer, so subs allow configures حدnet in dreiKeys mit einer Rückspiegels々 ßen 60 60 Bean K